hallo leute da ist wieder eure rei und zwar die mit den ganzen öhrchen viel maus und willkommen heute beim mass effect wieder wir haben hier einen weiteren teil und zwar den teil nummer das video ist ein mitschnitt von unserem twitch stream den ihr auf twitch tv slash toy ray link übrigens ist da unten nebst anderem gerümpel in er da da könnte mich live erwischen gleichzeitig dabei ansonsten viel spaß beim zuschauen das ist er ja dass du mit dem krogen sie mir die reich der topi a lot more blood real blood if we don't try and when you put it that way the sooner we have this summit the sooner we'll know there's something else i can help you with wie ist die lage das ist böse was ist mit deinen neuen pflichten kollege kommst du damit klar ich verstehe es wir meinen das kann ich mir komplett vorstellen ich verstehe es zu sagen das ist eine der schlimmsten Dinge die ich noch nie getan habe ich bin nicht überrascht Gareth spricht über dich du hast nie gefragt, dass du ein leader sein aber deine Leute sterben, wenn du sie nicht verraten wir finden uns in äh in äh äh welche spirits meinst du? meinst du einen guten whisky oder wie schaut es eigentlich die Hilfe für die area aus? ich verstehe es ist ein schwieriger Zeit für dich Primark aber die Erde kann nicht überleben ohne Reinforceungen kann ich noch auf deine Hilfe wenn die krogan uns auf Palavin dann gebe ich dir meine Worte alles klar danke Primark meine Gedanken sind mit Palavin und meine mit der Erde äh so ist an alles gedacht wenn jeder an den nächsten denkt äh wenn jeder an sich denkt äh hieß es irgendwann mal äh ja ja genau Wodka hilft bei allem das ist so eine Sache wir haben jetzt das Tech-Labor was soll die Scheiße hier was ist hier los ähm nope Joker was ist das Sound? Feuer-Extinguisher-Kommander es könnte ein elektrisches Feuer oder was mach einfach auf ich gehe in ach du Arschloch is there a particular topic you wish to discuss? oh nice Edie yes you're in Dr. Eva's body not all of me but I have control of it it was not a seamless transition okay äh dat war ein bisschen gefährlich, Mädel Edie, you need to alert us about incidents like this you shouldn't have done this alone bringing the crew up to speed would have been counterproductive all attempts to help would have been limited by reaction time so if you're in there are you still in the ship? I exist primarily within the ship for optimal control this unit should remain within Normandy's broadcast or tight beam range are you planning to take that body somewhere? Normandy's weaponry is not suited to every combat situation this platform could provide limited fire ground support you mean you could come with us? correct this body could accompany you to areas the Normandy cannot reach äh bitte zuerst mal testen before we do that I need you to guarantee this mech doesn't have any more surprises in it run whatever tests you can then we can talk about using it in combat situations one moment I am running trials complete I can send you a full report if you wish however my first step should be restoring functionality to the Normandy to reassure the crew that all is normal just don't be surprised if the crew's a little wary of your new body it was shooting at them a little while ago an excellent point I will take it to the bridge Joker will also want to see it on that we can agree da äh ja okay ich mein Joker ist in der Hinsicht definitiv ja Joker halt ich mein fragile Knochen das heißt er holt sich einen Bruch beim Handgelenk wenn das so weiter geht ich wollte gerade sagen wir werden ihn gleich fragen der ist nervös ah Ableckung oh ich bin bereit aber ich bin sicher wir brauchen immer giant und viele Gareth ja was kann ich nachempfinden wir gehen hier mal wirklich alles wieder mal durch oh oh you're their expert advisor now just followed your example shepherd yell loud enough and someone will eventually come over to see what all the fuss is about and not that they'll actually do anything about it ahhh until hell shows up at their door then they put you in charge not like the old days is it rogue spectre and csec agents running and gunning outside the lines making it up as we went along ähm we're actually respectable now da trafst du nicht einfach oh yeah I have a feeling that respect comes with a lot of sleepless nights I can't even count how many lives are depending on us, Garris well when things are looking grim and I'm pretty sure they will just remember a certain Turian friend of yours isn't sleeping any better and he'd be more than happy to meet you at the bar and drink you under the table something else you want to talk about ja wir untersuchen und zwar ähm seine Einsatzgruppe so what's this reaper task force you've been running after what happened to you out there in the terium space I knew time was running out for all of us the citadel council was a dead end so I did something I never thought I'd do I went to my father he used to work for csec didn't he I seem to remember that the two of you didn't see eye to eye das war es ja er hat wahrscheinlich gelacht aber die Narbe schaut gut aus bei ihm jetzt die ist gut verheilt let me guess he laughed in your face amazing no he just listened my father may have been a pain in the ass about rules and regulations but he never let politics cloud his judgment if the connections were there he wouldn't deny them and he saw what we always knew I mean I'm glad someone finally agreed he did more than agree he took it to the primark I like his style except the primark wasn't as convinced my father kept pushing and finally got him to commit some token resources and if you call them a task force it sounds like you did something about it what did you do with him as much as I could get away with and a little more garris halt garris halt I know it looks bad now but I think we can win this shepherd for the first time since we met we're not alone in the fight it's something I learned long ago in csec an imminent and painful death has a way of motivating people instead of questioning your every word whole civilizations are going to be begging you to save them Fence Fiver after what's happened to Palavin you still believe that I didn't say there wouldn't be casualties it's something Turians are taught from birth if just one survivor is left standing at the end of a war then the fight was worth it but humans want to save everyone in this war that's not going to happen we're going to the Joker on it's damn good to have you back wouldn't miss this fight for anything now I'm sure somebody screwed up something down here I want to get the old girl back in fighting shape I love his humor I found something suspicious have you got a minute suspicious are you all right it was fairly intense up here I can only imagine what it was like down on that moon I thought you'd be more concerned about Edie Edie is a huge asset to this team if she told me about her plan to obtain a body I'd have volunteered to help I did not wish to force a conflict of interest between our friendship and your duty I'd have preferred a conflict of interest to a hard restart of half our systems but thanks regardless I found something while scanning Alliance channels okay Grissom Academy is requesting help the Reaper invasion front will hit them soon was is with the Academy I thought the war would close most schools Grissom Academy is more specialized than a normal school it's home to some of the smartest students humanity has to offer their ascension project is the best training facility in the galaxy for human biotics okay yes I sent a young man named David Archer there just surprised they're still open some of their work has Alliance support that might be why they stayed I want to help what can we do a Tyrion evac transport responded to their distress school so normally I'd say we don't need to do anything but something sounded off in the Tyrion signal I had Edie perform an analysis oh Edie thinks it's Cerberus she said the fake Tyrion signal was similar to the one that lured you to a collector ship long story long story in any event whoever faked the signal wants us to think Grissom Academy is being evacuated but I believe they're still in danger good work maybe you belong here after all if this really is Cerberus hopefully this operation is something worth investigating it could be simple disinformation trainer good catch thank you commander nimm einfach mal ein Kompliment an so jetzt schauen wir uns mal die Cockpit äh Sache an ach du scheiße da sitzen sie zwei äh wusstest du eigentlich davon so she installed herself into the new body without any help from you come on commander don't you trust me okay let me put it this way if I knew that Edie was gonna install herself into a sexy robot body do you honestly think I'd be able to keep quiet about it look at that I would have baked a cake I am right here Jeff yes you are Edie yes you are okay der Typ ist ähm Horny AF hey I know I used to rag on Garrus for being all angry but I'm glad he's back there's a whole lot of crap out there needs a bullet between the eyes plus we might need something calibrated deine Hose ist nicht unbedingt das kalibrierte Teil das wir brauchen alter Edie wie läuft ja äh der Typ 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 he eee what's this about does joker not like your new platform no he approves he wants me on the bridge he says having me within visual range is important to his morale shepherd do you believe your crew member should be allowed to disobey an order on the Ich erwarte Urteilvermögen. Es klingt gefährlich. Ganz ehrlich, ich bin da bei den Sachen der Robotik bei ihr etwas vorsichtig. Wäre ich nämlich mal froh. Und ich weiß nicht, was das Rechtsklick scannen soll, aber wir landen mal hier auf der Ding hier. Wen wollen wir denn mitnehmen? So, ich möchte mal Liara definitiv wieder mitnehmen. Und Edi wäre so eine Sache, aber als Idee nehmen wir mal die mit. Gut, weißt du was? Gehen wir mal rein. Und da sind die Leute, die auf die Strecke gestellt haben. Cerberus Cruiser. At least a dozen Fighters on blockade duty. Too many for us in a straight up fight. They must want this place bad. Receiving incoming transmission. Let's hear it. SSV Normandy. This is Kaylee Sanders, Director of Grissom Academy. We need immediate assistance. Cerberus is attacking the facility. They're after my students. This is Commander Shepard. We're blocked on a direct approach. I know. They've taken control of our docking base. Any alternatives? There's an auxiliary cargo port I could probably open. Alright. We'll come in by shuttle and get your students out of there. Okay. Joker, can you give me a diversion? Oh boy, can I? Also, du sollst nicht abgelenkt sein, Joker. Weißt du, was ich meine? Das ist so das Thema. Okay. Komm und hol mich. Joker ist ein Spielkind. Nein. Hab ich nicht. Aber come get me, Kenny. We'll be back. Und wir spielen jetzt come get some, Mädels Team raus. Ole, ole. Wie war das? Ja, Junggesellin in den Abschied kommt. Ganz ehrlich. Hello there. Okay, das kann ich jetzt nicht. Okay. Ähm. Joa. Ist okay. 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 Was ist mit Anderson? Du sagst etwas über Admiral Anderson. Ja. Ja. Wir haben uns, oh Gott, es war 20 Jahre alt, als er ein Specter-Kandidat war. Ich war da, als Saren ihn verletzten. David saved mein Leben, der Tag. Er ist ein guter Mann. Er war auf der Erde, als die Reapers hit. Er war hinter mir, als ich aus der Welt bin. Ich habe nicht gehört. Wir wurden verletzt von den meisten Nachrichten. Er ist alive? Er ist in der Kampf. Er ist jetzt in der Bewegung der Resistance-Movement. Okay. Ähm. Erzähl mir von den Studenten. Wir brauchen all die Hilfe, die wir bekommen können. Ich wünsche, es war von irgendwoher. Aber du bist richtig. Die Allianz braucht Hilfe. Gott befreit sie. Einige von unsere älteren Studenten. Okay. Hang auf. Ich habe versucht, die Kommunikation zu bekommen. Wir kommen. Wir kommen. Oh nein. Oh nein. Orion Hall? Back out the door and down the hallway. I can get the door open. Danke. Bring them back here and we'll make a run for the shuttle. Thank you, Commander. I'll stay put. With luck I can regain control of some of our systems. Ähm. Wette nicht drauf. Wette nicht drauf, du hast ein anderes Problem hier. Das war's mit Mass Effect für heute. Und ich möchte mich bei euch bedanken. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Hat mir wieder Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr es bis hierher geschafft habt. Dann seid ihr ohnehin die Größten. Würde ich mich über Däumchen nach oben freuen. Vielleicht ein Abo. Und wenn ihr Sachen anders gelöst habt. Oder irgendwelche Tipps habt. Wisst ihr was? Lasst mir einen Kommentar da. Oder schaut einfach auf meinen Stream vorbei. Link in der Description. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Just... Wir sehen uns... Vielen Dank.